Japan kämpft mit den Folgen des Tsunamis und des Erdbebens, aber wir haben erstmal andere Sorgen. Bei uns stehen viele Atomkraftwerke einfach so herum und da haben wir natürlich Angst. Die Bundesregierung hat ein Moratorium verhängt, Atomkraftwerke werden abgeschaltet und zwar ab jetzt vor jeder Wahl. Iran steigt aus der zivilen Nutzung der Kernenergie aus. Gaddafi verhängt eine Flugverbotszone über deutschen Kernkraftwerken. Merkel und Westerwelle sind sehr verwundert. Atomausstieg und Kriegsenthaltung, das hatte Schröder noch gerettet. Morgen geht's weiter.